Ich glaube, alle Emotionen waren hoch, aber es ist schwierig, große Emotionen zu haben. Das Spiel hat man dominiert, wo man eigentlich schon früher alles entschieden musste. Dann passiert so eine Aktion in der 92. Minute. Das Kult hat ein bisschen die Situation, aber ich kann nicht sagen Erleichterung. Aber die Zufriedenheit haben wir bestätigt, was wir in den ersten Elfspielen gezeigt haben. Mein Ziel ist auch, dort zu kommen, wo es unmöglich ist. Auch wenn es geht, in die Finale zu gehen. Aber wir haben eine andere und ich habe eine andere Philosophie. Wir schauen bis jetzt eine nach dem anderen Spiel. Wir versuchen jeden zu gewinnen und immer den nächsten Gegner, den nächsten Spiel zu schauen. Wir unterstützen sie nicht oder unterstützen sie. Wir versuchen, das größte als mögliche Ziel zu erreichen. Jetzt, ob es das Halbfinale, Viertelfinale, haben wir keine und setzen wir keine Limite. Das ist das halbarisiert. Wir machen uns alle.